Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Ja, ich bin hier schon wieder draußen. Und was mir auffällt, ist diese komische Kopffigur. Sie hat einen kleinen Eingang und ich glaube, sie... Oder ihr wisst, was ich machen werde jetzt. Ich werde da jetzt reingehen und mir das angucken, was ich da bekomme. Kleine Banane, wäre schön. Und wenn nicht, kriegen wir irgendwas Neues. Eine andere Melodie? Ah, was? Was Melodie-haftes und Plattform Nummer 5. Okay, aber... Bam! Dann rappen wir das. Zudem, du... Aber ich weiß ja schon, was ich hier drin bekomme. Hi! Die Arme weinen, wir sollen ihr helfen. Ach Mist, wir helfen ihr doch. So. Pressen unten, okay. Und, äh, wir können hier durch Feen fangen. Da haben wir es nämlich. Wir können jetzt nämlich Feen überall fangen, wo wir möchten. Beziehungsweise, wenn wir welche finden, das sind so glitzermäßig, äh, lassen sich die finden. Und dann können wir sie fotografieren. Und dann können wir sie fotografieren. Und sie landen, glaube ich, hier automatisch. Ich weiß es aber nicht. Oder wir müssen hier hin. Das kriegen wir aber dann später hinaus. Genau, so. Wir gehen in zwei und gehen wieder in den Wüstentempel. Machen da weiter. Meow! So. Oh. Ich wollte doch nicht raus. Ich trottel. Ich wollte doch nur drehen. So. Hier haben wir gelb. Boom! Hier haben wir auch nichts besonders. Na, oder? Ach doch, da, guck mal. Da haben wir doch was. Das ist aber auch nur zufällig gesehen. Boom! Da öffnet sich eine Tür für uns. Vielleicht haben wir da... Was haben wir denn da? Scheint jetzt nichts drin zu sein. Ne, das war schon da richtig. Dann können wir hier vielleicht unsere... Was haben wir denn hier? Boah, ich kriege doch einfach sterben, Mensch. Ach. Da öffnet sich so ein Ding hinten. Ah, okay. Dann kann er was damit machen. Ja, super. Haben wir schon mal wieder was nächstes geöffnet. Dann müssen wir wieder... Wir gehen jetzt sozusagen immer... Wenn wir wieder einen neuen freigestaltet haben. Vom ersten, zweiten in das dritte. Und das machen wir halt so lange. Ah, okay. Das können wir auch machen. Länge gerückt halten. So ein Stoßwebel. Kostet aber halt so ein... Kristall, Diamant, was weiß ich. Wieder auffüllen hier. Weil ich wieder so viel verschossen habe. Und... Äpp. Äpp. Nicht. Auah. Nicht. Komm her. Ich will deine Melone haben. Dankeschön. So, das Lama war noch offen. Und ich glaube, wir konnten auch noch mal... Irgendwo reingehen. Na ja, Donkey Kong war's. Okay. Das könnte man eigentlich machen, weil wir gerade sowieso wohl. Ja, ja, ja. Könnten wir. Könnten wir. Können wir, können wir, können wir, können wir nicht. Komm, wir, können wir. Ich glaube, was machen wir mal. Machen wir's denn. Da haben wir's. Nee. Tschüss. Hi Donkey Kong. Unser Papa Kong. Schauen wir was bekommen wir denn da hinten? Was hat der denn dann? Unendlich Kräfte? Kann ich nämlich unendlich laufen oder so? Weil da oben ist... Unbesiegbarkeit. So eine Art Unbesiegbarkeit. So, damit du was aufs Maul bekommst. Maul, Maul, Maul. Dann geh mal schnell rüber und... Haben das auch schon wieder geschafft. Dann gibt es auch schon wieder eine Banane hier. Zack. Das geht da relativ zügig hier. Au, uh, 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 uh. Das war knapp. So, Donkey Kong will ich jetzt nicht. Ähm, was haben wir denn hier oben noch? Da haben wir Didi mit Jetpack. Da haben wir noch Bananen. Okay. Da komme ich jetzt nicht ganz dran. Naja. Klettern wir ihn mal hoch. Man kann eigentlich bei Bananen abgeben. Nicht jetzt. Okay. Das wollte ich nämlich auf den nächsten springen. Da haben wir nämlich... Oh, okay. Wir können hier noch mehr einsammeln. Hopp. Dann haben wir das hier schon mal. Hi. Zuck. Mh. Boah. Warum geben wir ihm die Bananen ab? Können wir so fern eigentlich machen, ne? Jetzt hatte ich gar nicht geschaut. Ähm, wer hier noch alles rein kann. Ob hier Donkey Kong mit auch rein kann. Sie... Ja, keine Ahnung. Ich tippe mal das sehr ludatsch. Mit dem langen... Mit dem langen Arm ja... ...die... ...dinger kriegt. Ja. Und hier war sonst Ananas und... Ananas und... Äh, Nuss Flippy. Ja. Okay, Donkey Kong... ...kommt hier nicht rein? Ist auch nicht so schlimm. Macht ja nix. Märkt ja nix. Ja, dann gehen wir mal... ...eben drehen. Ach komm. Ey. Das wollte ich nämlich machen. Ich glaube, das Zeug sporen doch immer schnell nach. Schauen wir eben, das war vielleicht schon mal ihn. Wir haben zu Tode fressen also 120 Stück. Ja, komm, die ersten 48 können wir schon mal zuschmeißen. Na, fast 50 Stück schon gehabt. Kommt leider noch nicht dran für den Gegner. Aber gar nicht so schlimm. Wir haben noch sie. Okay, eine Banane. Naja, schmeißen wir rein in den Trog. Bitteschön. Ein Pännchen. Hatte sich das meiste gemacht, aber... ...wir können noch Didi holen. 45 Stück, wow. Ich muss auch noch einen. Heißt, so viel fehlt nicht mehr. Und wir haben ja noch dieses gute Stück, was nach hinten rausgeht, was wir spielen können. Und dann geht das ja eigentlich. Ja. Wollen wir jetzt 26 Stück noch? Ja. Locker. Oh, da wird man aber jetzt schon drankommen. Ja, gut. Du hast kurze Arme. Ich weiß. Ne, ich behalte die. Ich nehme mal eben den Jetpack. Und dann wechseln wir auf Tiny und gehen in den Tempel rein. Dich behaupten. Aua. Das war jetzt gar nicht geil. Aber wie gesagt, da können wir nach vorne rechts sein. Diesen Durchgang können wir ja noch durch. Das würde mich interessieren. Was können wir damit machen? Können wir da oben auf den? Nein. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ich hätte gedacht, ich schaffe das. Na ja. Wollen wir eben nochmal? Ich glaube, mich zu erinnern. Ich habe ja die Spiel schon mal gespielt. Und zwar davon. Das ist ja auch für mich schon ein bisschen älter, aber ich kann mir ja viel... Oh, viel geblieben. Oh, wir haben auch schon mal zwei. Dass man irgendwas mitfliegen musste. Ach, Mann. Ne. Zweimal Atma. Damals. Hey, Tiny. That's a special coin, Jugis. Da ist es. Da ist es nämlich. Jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert. Ah, okay. Ach, Mann. Da kriege ich was aus dem Maul. So. Wo war denn die Feder? Ich glaube hier. Ja. Jetzt können wir mit Tiny rein und... Irgendwas hat man da auch noch. Irgendwas veröffnen. Genau weiß ich es gerade nicht. Was haben wir denn hier? Okay, schwimmen. Hier unten war was lilanes. Das scheint... Aua. So. Ah. Hey. Äh. Das war... Oben. Ach, das hat Triangel. Ich habe jetzt Saxophon. Das war verkehrt. Hätte ich gerne hier ein Milonstückchen. Was haben wir denn hier noch? Die war hier. Äh. Wo können wir denn mit Kleinen rein? Oh, überlegen. umschauen ja ich tippe mal dass das da unten ist aber hier ist es nicht hier ist auch nix hilf uns an die weiter das ist ja komisch alle seestern hier bräuchte auch nix mehr schauen wir eben noch da drüben ob da irgendwas war da haben wir eine fotokamera ja lila minzen ich war ja das einmal drehen ok haben wir auch nichts mehr haben wir das auch erledigt dann gehe ich wieder raus und geht den tunneln lang aber ich sehe gerade die folge ist auch schon fast zu ende also wenn wir draußen sind mache ich einen kleinen kurzen cut ja gut meine donkey kong sucht dies ich mache einen kurzen cut hier und wir sehen uns sofort wieder bis gleich